Wir werden heimlich aufgenommen. Wir werden heimlich aufgenommen. Mühe egal, wer das ist. Jetzt sind wir Chris, Daniel und Joe noch mal hier Buggy fahren. Chris mit seinem 2WD Asso. Ich glaube, der fährt noch ein X-Ray mit. Und noch nichts weh. Das kann sein, ja. Was los, Chris? Schon kaputt? Na, sieht nicht so aus. Ah, da wird was an der Funke eingestellt. Expo 40. Probeln wir mal alles nach, Chris. Was ist das? Was ist das? Okay. Alter Schwede, Daniel fliegt aber auch der Wagen. Chris, liegst du? Ja, ich um den Weg. Ich versuch das gleich mit dem Expo hinzustellen. Soll ich dir helfen? Ich bin da jeden Weg. Dual-Raid. Aber Dual-Raid brauchst du jetzt nicht umstellen. Sicher, weil das ganz schön hart ist. Die Lenkung? Ja. Ja, dann mach mal Dual-Raid. Weißt du, wo Dual-Raid ist? Auf 80. Auf 80. Hä? Hä? Wann ist das denn passiert? Drehst dich kurz um, weißt du? Du gehst dann wieder hin und so... Hä? Da lag doch immer einer auf... Solidaritätszuschlag ist das. Genau. Oh. Nein, du sitzt jetzt direkt. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Das war zu viel. Das ist komisch, ne? Das ist komisch, ne? Jetzt mal. Jungs! Ich bin hier nicht euer Laufbursche. Okay, jetzt geht's. Oh! Oh! Ja, ich lasse das hier jetzt mal so laufen, ne? Weil, da müsst ihr mal sehen, wie oft ich für Chris am Laufen bin. Ah! Das gibt's doch nicht! Schon wieder alle drei auf dem Dach. Ja! 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 Also, wenn ich's jetzt noch nicht gemacht hab, es kommt ab jetzt eine Strichliste ins Video, wie oft ihr auf dem Dach lagt. Mit Namen! Ja! Also, anstrengend. Ich war dafür, dass wir zusammen von den Gegend haben. Ja! Oh! Was ist das Ende da? Ach! Ich kann rückwärts fahren. Komisch! Ja! Dann geht's! Hä? Er hat abgekürzt gerade oder? Sag mal bitte Bescheid, wenn einer auf dem Rücken liegt! Weil ich achte jetzt immer nur auf die Kamera! Hey! Das ist zu viel! Zu viel Lenkung noch? Ja, zu wenig. Jetzt habe ich gar keine mehr. Dann geh auf 90. Das ist schwierig zu springen. Also ich brauche jemals Steckness Airbook. Habe ich hier gesagt. Das war der Trickflack. Aber er steht. Daniel, schnell. Muss ich ihn einholen. Maja, Maja, nicht so schnell. Oh shit. Wagi macht Spaß. Wagi kann man die Sachen auslassen. Das hast du auch beim On-Road gemacht. Ja. Jetzt Glück allerdings. Was ist los? Doppelsprung. Oh nein. Was war das denn wieder für ein Rad schlagen? So, Joe kriegt wieder einen Strich. Was ist los? Daniel, liegst du? Oh nein. Daniel kriegt wieder einen Strich. Keine Angst. Keine Angst. Die Kamera guckt. Alles okay. Alles okay? Alles okay. Oh, da liegt schon wieder einer. Er kriegt wieder einen Strich. Auf den Rücken. Wo hast du vorher? 40. 40? Ja. Das heißt, das lenkt jetzt wieder schneller, ne? Ja. Aber jetzt verwandelt es nicht zu langsam. Ja, ich habe langsam Gas gemacht. Chris kriegt wieder einen Strich. Chris kriegt wieder einen Strich. Du lagst auf dem Rücken. Daniel kriegt wieder einen Strich. Und du kriegst dafür einen Rücken. Hier stehe ich scheiße. Hier werde ich angesprungen. 100 Pro. Ich muss irgendwo stehen, wo ich außer Angefahr bin. Daniel kriegt wieder einen Strich. Und du kriegst dafür fünf Striche. Dafür kriegst du fünf Striche. Oh, nee. Jetzt kriegst du einen wieder abgezogen. Ach ja. Jetzt kriegst du ihn wieder drauf. Der Mann. Strichliste. Daniel. Das Bild ist gleich voll. Ich sag's dir. Ich muss jetzt aber auch gleich Ende machen. Die Kamera ist leer. Gleich. So, jetzt gucken wir uns das mal von oben an. Das fahrt mal ordentlich hier. Schöne Landung. Ja, ne? Ja. Mach ich auch. Und wieder versaut. Jochen. So, ich guck mir jetzt noch mal ein bisschen das hier an. Das ist ein bisschen beruhigender gerade. Schöner Fronti. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Die letzten paar Minuten sparen wir uns gleich nochmal für eine letzte Fahrt bei mir auf. Nein!